Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich über fünf Irrtümer sprechen, die dir wahrscheinlich als Mann erzählt wurden, über deine Entwicklung von Leuten, die sich nicht wirklich im Bereich Dating und Beziehungen auskennen und die dich daran hindern, den Erfolg mit Frauen zu haben, den du dir eigentlich wünschst. Wenn du dich fragst, wer ist das hier? Wer spricht überhaupt mit dir? Ich bin Tim. Ich bin seit über zehn Jahren im Bereich Dating und Beziehung tätig. Ich habe über 100 Männern in langen Coachings dabei geholfen, den Erfolg mit Frauen zu haben, den sie sich wünschen. Ich habe mehrere Bücher geschrieben. Eins davon siehst du hier, die Zeus-Methode, mein erstes Buch von damals. Habe viel Erfahrung in dem Bereich und deswegen will ich dir hier die fünf Sachen erzählen, die dich wahrscheinlich daran hindern, den Erfolg mit Frauen zu haben, den du dir wünschst. Lass uns ins Video starten. Ganz am Anfang möchte ich mit einer der größten Mythen aufräumen, die sicherlich draußen und im Verstand der Leute herumgeistern, nämlich die Idee, sei einfach du selbst, so wie du bist, bist du gut genug. Und das ist eine schwierige Aussage. Auf der einen Seite natürlich, Selbstakzeptanz ist ein wirklich wichtiger Punkt. Es ist immer wichtig anzuerkennen, an welchem Punkt du gerade stehst und zu sagen, okay, ich stehe gerade an diesem Punkt und das ist auch in Ordnung so. Aber es ist eben auch wichtig zu erkennen, dass du dich weiterentwickeln musst, wenn du einen anderen Erfolg haben willst oder ein anderes Ergebnis haben willst als das Ergebnis, was du jetzt gerade hast. Denn natürlich wird es wahrscheinlich so sein, dass du jetzt gerade, wenn du dieses Video schaust, nicht den Erfolg bei Frauen hast, den du dir eigentlich wünschst. Natürlich ist es aber auch so, dass wenn du jetzt einfach weitermachst, wie du es bisher getan hast, sich an dem Endergebnis nichts ändern wird. Und deswegen ist die Aussage, die viele Leute dir sagen, weil es natürlich eine Aussage ist, die gut klingt, eine Aussage, die dich positiv verstimmt zurücklässt, aber eben nicht der Wahrheit entspricht, dass du einfach nur so sein musst, wie du selbst. Und dann wird schon alles in Ordnung sein, aber nehmen wir einfach mal an, du bist ein übergewichtiger Ende-20-Jähriger, du wiegst 150, du bist nur zu Hause, du spielst den ganzen Tag Videospiele, du ernährst dich ungesund. Und es nähert sich dem Punkt, dass du dich nicht mehr aus dem Haus bewegen möchtest, weil du dich auch selbst schämst für das Leben, was du führst. Und jetzt wende einfach mal die Aussage, sei einfach du selbst und du wirst schon eine Frau finden auf diese Situation an. Und du wirst erkennen, dass diese Person in unserem fiktiven Szenario, aber natürlich gibt es diese Leute da draußen, vermutlich nicht die Frau finden werden, die sie sich eigentlich wünschen. Deswegen geht es nicht darum, so zu sein, wie du bist, es geht darum, zu akzeptieren, an welchem Punkt du bist und dich dann zu fragen, okay, wie kann ich für das andere Geschlecht attraktiver werden, wenn das etwas ist, was du machen möchtest, aber wenn du den Erfolg, den du aktuell hast, nicht feierst, wenn das nicht der Erfolg ist, den du dir wünschst, wenn du mehr Erfolg haben wirst, dann wirst du eben etwas verändern müssen, wirst mehr von den Eigenschaften etablieren müssen, die das andere Geschlecht attraktiv findet, um eben deinen Erfolg zu erhöhen. Und da hilft dir leider die Aussage, sei einfach du selbst nicht besonders weiter. Wenn Frauen die Männer daten würden, die einfach sie selbst sind, dann würden Frauen eben auch diese Männer daten müssen, von dem wir gerade in diesem fiktiven Szenario gesprochen haben. Deswegen, es geht nicht darum, du selbst zu sein, es geht darum, sich selbst zu akzeptieren und dann zu schauen, dass du dich eben für dich selbst oder für den Erfolg, den du dir beim anderen Geschlecht wünschst, mit Frauen wünschst, entsprechend veränderst. Und wie du das machst, das erfährst du natürlich auch auf diesem Channel. Die zweite Sache ist, und das höre ich immer sehr viel von Frauen, die sich, glaube ich, manchmal auch nicht bewusst sind, wie die Dating-Idealität für Männer eigentlich aussieht, ist, dass du am besten immer nur eine Frau treffen solltest. Ja, wenn du eine Frau getroffen hast, dann bist du quasi verpflichtet, diese Frau nur noch zu daten und keine anderen Frauen mehr zu sehen oder manche Männer gehen soweit zu sagen, okay, ich lehne dann sozusagen alle anderen Frauen, die ich vielleicht gerade auch kennengelernt habe, ab oder cutte alles ab, sodass ich eben nur noch diese eine Frau sehe. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, den du machst, wenn du als Mann im Dating-Leben unterwegs bist. Versteh mich nicht falsch, ich will das einmal klar kommunizieren. Ich rede hier nicht davon, dass wenn du eine Frau bereits über mehrere Monate datest und sie schon den Eindruck hat oder schon mit dir kommuniziert hat, dass sie mit dir in einer festen Partnerschaft in Beziehung ist, dass du dann immer noch weiter andere Frauen datest. Davon spreche ich nicht. Ich spreche hier vielmehr von den Anfängen des Datings. Nehmen wir mal zum Beispiel an, du hast irgendwie im Alltag oder an welchem Ort auch immer eine Frau kennengelernt, die dir gefällt und jetzt hast du dich vielleicht einmal mit der Frau getroffen und es gibt wirklich viele Männer, die an der Stelle vielleicht sagen, okay, cool, da ist jetzt diese eine Frau, die habe ich getroffen. Ich war irgendwie einmal mit der Kaffee trinken, war einmal mit der spazieren und jetzt begegne ich einer anderen Frau auf der Straße, die ich auch interessant finde und die spreche ich jetzt nicht mehr an, weil es würde sich ja nicht gehören. Also so macht man es ja einfach nicht, dass wenn ich jetzt diese eine Frau date, ich nicht auch eine andere Frau treffen oder kennenlernen kann. Ich wünschte mir, wir würden in einer Welt wohnen oder leben, in der das tatsächlich so möglich wäre. Verstehen mich nicht falsch. Ich bin der Erste, der sagen würde, okay, super. Wenn man sich auf den Datingprozess verlassen könnte, wenn es ein zuverlässiger Prozess wäre, dann bin ich auch der Erste, der sagt, toll, wenn mir eine Frau gefällt und ich habe ihre Nummer geholt, während ich mit ihr auf der Straße gesprochen habe, dann kann ich mich darauf verlassen, dass daraus auch was wird. Dann bin ich der Erste, der sagen würde, toll, dann brauche ich ja keine weiteren Frauen mehr kennenlernen. Die Realität sieht allerdings anders aus. Du wirst an jeder Stelle und immer wieder Frauen im Datingprozess verlieren, ob am Anfang, nachdem du mit denen gesprochen hast, nachdem du vielleicht die Nummer mit denen getauscht hast oder nachdem du das erste Date mit denen hattest oder auch nachdem du sie schon einen Monat gesehen hast oder vielleicht noch viel früher im Prozess, wenn du mit ihr geschrieben hast, wenn es um das Thema Online-Dating geht. Das heißt, überall und an jeder Stelle wirst du Frauen im Prozess verlieren, obwohl du das vielleicht gar nicht möchtest, weil natürlich hast du auch keine Kontrolle über die Frauen. Je nachdem, wie du so flirttechnisch unterwegs bist und wie du aufgestellt bist, war es deine Attraktivität. Und dir geht es nicht nur um physische Attraktivität, sondern deine Gesamtattraktivität als Mann angeht, wirst du eben mehr Frauen früher oder später verlieren. Und für dich selbst, dir selbst, dienst du am meisten damit, wenn du weiterhin auch andere Frauen kennenlernst, bis zu einem gewissen Punkt natürlich, wenn du das Gefühl hast, die Frau ist entsprechend committed und trifft dich regelmäßig, es kommt viel Investment von ihrer Seite aus, dann kannst du natürlich und solltest auch aufhören, die anderen Frauen zu treffen. Natürlich kannst du sie auch weiterhin treffen, wenn du das mit der Frau kommuniziert hast. Wenn die Frau dir allerdings kommuniziert, hey, na für mich ist das eher so eine Beziehungssache und du hast dann dazu Ja gesagt und dann triffst du noch andere Frauen, dann ist es schlecht kommuniziert und so solltest du es natürlich nicht machen. Aber gerade für den Anfang ganz wichtige Grundregel, die man dir tatsächlich sehr anders erzählt, triff weiterhin andere Frauen, weil du dich eben nicht darauf verlassen kannst, dass Frauen im Prozess bleiben, sobald du sie kennengelernt hast. Ein weiter wichtiger Punkt ist, und das beruht so ein bisschen auf so einem klassischen Saying, für jeden Topf gibt es einen Deckel oder wenn du mit Leuten sprichst, die sich nicht viel mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, dann wird man dir oft sagen, ja, keine Sorge, du findest auch schon deinen passenden Gegenpart und das eskaliert dann manchmal darin, dass manche Männer, und ich kenne da wirklich viele von, auch die, die dann teilweise zu mir in die Coachings kommen, quasi zu Hause sitzen und nicht viel machen, sich nicht aktiv bemühen und sich dann wundern, wo denn die Frau bleibt, wann lerne ich denn die Frau endlich mal kennen, wann klingelt denn die Frau endlich mal bei mir an der Haustür und ich kann dir sagen, das wird niemals passieren. Entweder du wirst aktiv oder nichts wird passieren. Die einzigen Ausnahmen sind, wenn du einer der attraktivsten Männer überhaupt bist, aber wenn du einer der attraktivsten Männer überhaupt bist, und wie gesagt, ich spreche erneut nicht von nur physischer Attraktivität, sondern allgemein ein attraktiver Mann, dann wirst du wahrscheinlich sowieso an jeder Ecke Frauen kennenlernen, denn ein attraktiver Mann zu sein bedeutet auch einen attraktiven Lifestyle zu haben, der wahrscheinlich auch damit einhergeht, dass du Personen und demnach auch Frauen kennenlernst und dann kommen die Frauen vielleicht ein bisschen mehr auf dich zu. Aber wenn du wie 95 Prozent der Männer da draußen eben nicht zu dieser absoluten Top-Kategorie gehörst, dann wirst du eben auch selbst etwas dafür tun müssen und wenn du zu Hause rumsitzt, wird die Frau nicht an deiner Tür klingeln. Aber irgendwie ist das so eine Illusion, der viele Männer, ja, anheimgefallen sind und dir muss klar sein, dass das immer schlimmer wird, je älter du wirst, denn du wirst tendenziell immer weniger an Orten sein, an denen du Frauen kennenlernen kannst. Nehmen wir mal an, dass du am Anfang in der Schule, in der Schule ist offensichtlich noch ein ganz guter Ort, um Frauen kennenzulernen, denn du bist mit sehr vielen Leuten aus deiner eigenen Altersgruppe, die, mit denen du tendenziell am besten daten kannst. Bist du unterwegs, du kannst viele verschiedene Leute kennenlernen, solltest du studieren, ist das sicherlich eine der besten Zeiten. Na Ausbildung verhält sich da ein bisschen anders, denn das kommt dann wieder sehr auf den Ausbildungsbetrieb an. Ich würde sagen, dass wenn du in der Schule warst und danach gehst du direkt in deine Ausbildung, dann befindest du dich eher in der Kategorie, über die ich gleich spreche, dann ist es quasi so, als hättest du direkt angefangen zu arbeiten. Aber wenn du zum Beispiel nach der Schule, was ein sehr guter Ort ist, in die Universität gehst, dann hast du auch wieder viele Möglichkeiten, Frauen kennenzulernen. Mittlerweile studieren mehr Frauen als Männer, das ist jetzt nicht ein riesiger Unterschied, aber den Unterschied gibt es auf jeden Fall und je nach Fachbereich ist das nochmal extremer. Das kann sich auch unterscheiden. Es gibt Universitätsstädte, in denen sehr, sehr viele Männer studieren, zum Beispiel Aachen. Dann gibt es aber auch wiederum Städte, wie zum Beispiel Münster, in denen hauptsächlich Frauen studieren. Das hängt eben auch von der Fachrichtung ab. Und da hast du auch tolle, normale, organische, also ganz natürliche Möglichkeiten, neue Frauen kennenzulernen. Die es quasi nicht von dir erfordern, dass du irgendwas Aktives machst, groß. Natürlich musst du sie trotzdem irgendwie kennenlernen, sprichst sie vielleicht in der Bibliothek an, aber du siehst eben viele Frauen, die du tendenziell kennenlernen kannst, die du vielleicht auch durch Freunde oder durch Uni-Veranstaltungen kennenlernst. Dir muss nur klar sein, dass sobald du dann in die Arbeitswelt einsteigst, und das ist ja letztlich immer das, worauf es hinausläuft, ob das jetzt nach der Schule ist oder nach dem Studium, dann wird es natürlich immer schwieriger. Du bist in Unternehmen, die unter Umständen groß sein können, unter Umständen, aber auch, oder was heißt unter Umständen, wahrscheinlich eher im mittleren Bereich, mittlere Unternehmen oder vielleicht auch kleine Unternehmen liegen werden, und dann bist du auch nicht mehr zwangsläufig mit Personen aus deinem eigenen Alter zusammen. Das heißt, es wird immer schwerer, neue Leute kennenzulernen auf organischem Wege, wenn du nicht aktiv was dafür tust. Natürlich ist eine ganz offensichtliche und einfache Lösung oder mehrere Lösungen, einmal Online-Dating, geht auch mit seinen eigenen Schwierigkeiten einher, oder Frauen im Alltag kennenzulernen, die natürlich überall und immer über den Weg laufen können, vorausgesetzt, du wohnst in einer Stadt, die das so ein bisschen hergibt. Das heißt, wenn du Erfolg bei Frauen haben willst, dann wirst du in den meisten Fällen etwas dafür tun müssen, und nicht jeder Topf findet einen Deckel. Tatsächlich ist es so, dass viele Töpfe gar keinen Deckel finden, und das kennen wir auch aus unserer evolutionären Vergangenheit. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht vor Augen, aber es ist so, dass sich in der Vergangenheit deutlich mehr Frauen als Männer fortgepflanzt haben, und ich glaube, dass es in gewissen Zeitperioden so war, dass nur 30% aller Männer sich fortgepflanzt haben. Du siehst also, nicht automatisch findet jeder Topf einen Deckel, sondern du musst losziehen, du musst in Handlung treten, sonst wird sich nichts ändern. Und wenn du nicht genau weißt, wie du das machen sollst, wie kann ich den Frauen kennenlernen, wunderbar, dann bist du natürlich hier auf dem Channel bei mir genau richtig. Ich kann dir da weiterhelfen. Schau gerne die kostenlosen Inhalte auf meinem Channel, solltest du aber quasi etwas an deiner Situation ändern wollen, etwas nachhaltig ändern wollen, lernen von mir, der schon über 100 Leute begleitet hat, wie man Frauen kennenlernen, was dabei wichtig ist und wie du dein Leben grundsätzlich umkrempeln kannst, dann kannst du mir gerne einmal deine Situation, wie sie aktuell ist, an die E-Mail-Adresse in der Beschreibung klenden, dann vereinbaren wir ein kostenloses Beratungsgespräch und schauen zusammen, ob ich dir da weiterhelfen kann. Der nächste Mythos, über den ich sprechen will, ist einer, der, ich glaube, viele Männer sehr schwer trifft. Und ich kenne das für mich selber, man hat früher oder von früher noch so ein bisschen die Vorstellung dieser perfekten Liebe, die perfekte Beziehung und dann wird alles wunderbar. Und eine Sache, die Männer nicht so ganz verstehen, weil sie es nicht so ganz verstehen wollen, ist, dass auch wenn du in einer Beziehung mit einer Frau bist, das nicht bedeutet, dass die Arbeit sozusagen an der Stelle endet. Das heißt, wenn du dich jetzt deinem Leben angenommen hast, wenn du dich der Aufgabe angenommen hast, dein Leben zu verbessern, dein Leben in eine bessere Richtung zu bringen, denn zum Glück korrelieren sehr viele von den Sachen, die du machen musst, um Erfolg bei Frauen zu haben, mit Sachen, die dir eigentlich sehr gut tun. Einfaches Beispiel wäre, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst, was ich wirklich nur jedem Mann wärmstens ans Herz legen kann, um einfach deinen Körper zu verbessern, dann ist das etwas, das dir mehr Erfolg bei Frauen bringen wird. Das ist aber auch gleichzeitig etwas, was natürlich gut für dich ist, außer du machst es in ungesundenen Rahmen. Und das trifft eben auf viele Sachen zu. Eine erfolgreiche Karriere oder erfolgreiche Selbstständigkeit, wie auch immer. Das wird dir in deinem Leben helfen, aber es wird auch attraktive Frauen sein. Das heißt, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Arbeit an dir selber bedeutet immer mehr Erfolg für Frauen oder bei Frauen, aber auch mehr Erfolg für dich selber oder ein besseres Leben für dich selber. Das kommt immer zusammen tatsächlich. Von daher ist es eigentlich ein No-Brainer, also etwas, über das man nicht nachdenken müsste, dass du dich selbst verbessern solltest, dein Leben so gestalten solltest, wie du es dir wünschst, wie du es dir vorstellst. Und dann wird der Erfolg mit Frauen auch folgen. Aber das ist eben so ein bisschen die Illusion, den manchen Männer aufsitzt, dass wenn man dann erstmal in der Beziehung ist, die Arbeit sozusagen beendet ist, dann kann man sich zurücklehnen, dann kann man sich auf der Couch entspannen, dann kann man sozusagen der attraktive Mann oder da kann man den attraktiven Mann fallen lassen, den man bis dahin geworden ist. Und davor hat man sich gekümmert um seinen Freundeskreis, um seine Karriere, um seine Fitness. Und ich kenne das aus meiner eigenen Beziehung. Ich hatte auch diese Problematik, dass ich dann gesagt habe, okay, während der Beziehung ist das dann alles so ein bisschen eingeschlafen, man geht weniger ins Fitnessstudio, man ernährt sich vielleicht mit der Partnerin, zusammen ungesunder. Ich hatte das auf jeden Fall in vergangenen Beziehungen. Und das Problem ist, dass die Frau mit dir hier an Punkt A am Anfang zusammengekommen ist, weil sie den Mann, den du dort repräsentiert hast, mit allem drum und dran attraktiv genug fand, um mit dir zusammenzukommen. Und gleiches gilt natürlich für dich und die Frau. So, und das Problem ist halt einfach, wenn du jetzt über die Beziehung diese attraktiven Werte verlierst, denn eine Sache, die du auf jeden Fall auf den Kopf schlagen musst, ist, dass Frauen dich einfach nur so bedingungslos permanent lieben würden für dich, so wie du wahrscheinlich keine Frau bedingungslos permanent einfach für sie selbst lieben würdest. Ich habe immer, oder benutze immer das schöne Beispiel, dass ich sage, nehmen wir mal an, du hast jetzt eine Partnerin und du möchtest eine Familie gründen und am Anfang ist alles wunderbar und irgendwann fängt sie an, nur noch ungesunde Sachen zu essen, geht nicht mehr zur Arbeit, kümmert sich nicht mehr um den Haushalt zum Beispiel, um den sie sich ja kümmern könnte, wenn sie jetzt nicht zur Arbeit geht und du zum Beispiel arbeitest, macht also gar nichts mehr zu Hause, geht nicht mehr zur Arbeit, wird immer übergewichtiger, hängt nur noch auf der Couch rum und isst ungesunde Sachen, während du zur Arbeit gehst und das Geld ranholst. Es gibt auch keinen Sex mehr. Dann wäre natürlich irgendwann der Punkt erreicht, wo du sagen würdest, okay, ich verlasse jetzt diese Beziehung, weil das ist eben nicht das, was ich mir vorstelle Mediengründung zusammen und so ist es eben, dass Menschen oder Männer und Frauen in romantischen Paarbeziehungen sich eben nicht lieben, weil, oh mein Gott, ich liebe diese andere Person für sich selbst und bedingungslos und für immer unter allen Umständen. Wenn das so wäre, dann hätten wir zum Beispiel nicht die Scheidungsraten, die wir haben, sondern natürlich haben wir uns in die Person verliebt, die wir am Anfang hier kennengelernt haben und wo wir gesagt haben, okay, diese Person ist attraktiv genug, wieder nicht nur physische Attraktivität, mit der möchte ich zusammenkommen und es ist sehr wichtig für dich als Mann weiterhin auf jeden Fall erstmal dieses Attraktivitätslevel zu halten, optimalerweise natürlich noch zu verbessern. Ich meine, wenn du in deiner Karriere arbeitest, dann ist das natürlich die Sache, die tendenziell eigentlich nach oben geht. Gleiches gilt für vielleicht deine Finanzen, für Bereiche wie Freunde, Familie oder deine Fitness. Deswegen, die Arbeit hört nicht auf, sobald du in einer Beziehung bist. Es ist nicht Ausruhzeit. Du musst weiter an dir arbeiten, wenn du auf jeden Fall mal mindestens der attraktive Mann bleiben willst, der du hier am Anfang der Beziehung warst, denn ansonsten kann deine Beziehung sehr schnell zu Ende sein. Von daher, die Arbeit endet nie, aber das ist so ein bisschen, was man den Leuten erzählt hat. Und der letzte große Mythos, über den ich sprechen will, ist der Mythos der einen Person, des Seelenverwandten. Da habe ich letztens noch mit einer Frau drüber gesprochen und ich muss sagen, dass ich das ein bisschen anders sehe und ich glaube auch, dass diese Sichtweise, dass es diese eine Person für jeden anderen gibt, diesen einen Seelenverwandten, tatsächlich eine sehr schwierige Position ist, weil das natürlich damit einhergeht, dass wenn du diesen Seelenverwandten gefunden hast, also natürlich erst mal statistisch gesehen, das ist sehr unwahrscheinlich, dass du diese perfekte Person, die auf der Welt existiert, jemals finden wirst. Natürlich ist es so, dass irgendwo auf der Welt eine Person ist, die besser zu dir passt als jede andere Person. Das ist ja rein logisch richtig. Nur die Wahrscheinlichkeit, diese Person zu finden, ist sehr gering, denn wahrscheinlich lebt diese Person in China, wenn wir uns die Statistiken ansehen, denn da leben die meisten Leute. Das heißt, deine perfekte Frau lebt wahrscheinlich in China. Aber es ist eben sehr unwahrscheinlich, dass du diese Person treffen wirst und auch die Idee, dass es eine perfekte Person gibt, einen Seelenverwandten, kann sehr gefährlich werden, wenn du erst mal diese eine Frau oder irgendeine Frau kennengelernt hast und den Eindruck hast, das ist jetzt meine Seelenverwandte, dann wirst du natürlich auch alles tun, um diese Frau zu behalten und alles tun, um diese Frau zu behalten, geht wahrscheinlich mit extremen Überinvestment deinerseits einher, was dann wieder damit einhergebet, dass du die Frau wahrscheinlich früher oder später verlierst, weil in eine Frau überzuinvestieren schon grundsätzlich nicht attraktiv ist. Und ich glaube, stattdessen, dass es viele Personen gibt hier auf der Welt, mit denen man eine gute Beziehung führen kann. Natürlich wird es immer welche geben, mit denen es tendenziell besser ist, aber es gibt viele, mit denen du, wenn du es richtig anstellst, eine gute Beziehung aufbauen und führen könntest. Von daher ist dieser Mythos, dass es diese eine Person gibt, die perfekt zu dir passt, obwohl natürlich logisch richtig ein Mythos, der dir eher schaden wird, wenn du auf der Suche nach mehr Erfolg mit Frauen bist. Aber lass mich gerne mal wissen in den Kommentaren, was denkst du zu diesen Mythen? Hast du sie vielleicht schon mal in deinem eigenen Leben gehört? Haben sie dein Leben vielleicht beeinflusst? Lass es mich gerne wissen. Schön, dass du hier bist. Den Link zu meinem Buch findest du in der Beschreibung. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.